Bilder einfügen und bearbeiten in Writer LibreOffice 6.3 Teil 2 Bild, Einfügen, Rahmen, Collagen und Formen Grundlage dieses Videos ist das Handbuch Writer Kapitelarbeiten mit Grafiken. Dieses Video zeigt einige Beispiele, wie in Writer Rahmen für Bilder gestaltet werden können. Einen einfachen Rahmen für ein Bild erstellen. Öffnen Sie Writer und die Datei lorenipsum mit Bild 015k ohne Beschriftung. Rahmen erstellen Rechts klicken Sie auf das Bild. Im Kontextmenü wählen Sie Eigenschaften aus. In der Dialogbox Bild wählen Sie den Tab Umrandung. Bei Linie Stil wählen Sie Vertieft aus. Bei Breite wählen Sie 6 Punkt. Und bei Farbe wählen Sie Hell Magenta 1. Klicken Sie auf das Icon Komplette Umrandung zeichnen bei Linienanordnung Voreinstellungen. Klicken Sie auf OK. Dokument speichern. Beichern Sie Ihr Dokument. Bilder in Rahmen mit Tabellen. Öffnen Sie Reiter. Seite Querformat einstellen. Klicken Sie im Menü Format Seite auf den Tab Seite. Bei Papierformat Ausrichtung klicken Sie auf Querformat. Die Seite wird nun im Querformat angezeigt. Tabelle einfügen. Sie klicken nun in das Menü Tabelle Tabelle einfügen. Es erscheint die Dialogbox Tabelle einfügen. Bei Allgemein geben Sie für Spalten 3 ein. Und für Zeilen belassen Sie es bei 2 und klicken auf Einfügen. Klicken Sie im Menü auf Tabelle auswählen Tabelle. Die Tabelle ist nun markiert. Größe der Tabelle anpassen. Rechts klicken Sie auf die Tabelle und es erscheint das Kontextmenü. Wählen Sie im Kontextmenü Größe Zeilenhöhe aus. Geben Sie als Höhe 8 cm ein und entfernen das Häkchen bei Dynamisch anpassen. Bilder in Tabelle einfügen. Setzen Sie den Cursor in die erste Zelle oben links. Klicken Sie in der Symbolleiste Standard auf das Symbol Bild einfügen. Wählen Sie Bild 004K aus. Dies wiederholen Sie mit den restlichen Zellen und fügen dort die Bilder Bild 005K bis Bild 009K ein. Rahmen für die Tabelle festlegen. Rechts klicken Sie in die Tabelle. Im erscheinenden Kontextmenü wählen Sie Tabelleneigenschaften aus. Wählen Sie in der Dialogbox Tabelleneigenschaften den Tab Umrandung aus. Bei Linie Stil wählen Sie den Stil Erhaben aus. Bei Breite geben Sie 9 Punkt ein. Und bei Farbe wählen Sie Hellorange 1 aus. Bei Linienanordnung Voreinstellungen klicken Sie auf das Icon Äußere Umrandung und alle inneren Linien zeichnen. Klicken Sie auf OK. Bilder in den Hintergrund Setzen Sie die Bilder noch in den Hintergrund, indem Sie auf jedes Bild rechts klicken und im Kontextmenü Umlauf im Hintergrund wählen. Beschriftung der Bilder Sie haben jeweils unter den Bildern noch etwas Platz und könnten dort eine Beschriftung einfügen. Bei Bedarf können Sie die Bilder noch komprimieren. Dokument speichern. Speichern Sie Ihr Dokument. Collagen mit Formen und selbst gestalteten Rahmen. Öffnen Sie Reiter. Seitenformat einstellen. Klicken Sie im Menü Format Seite auf den Tab Seite. Bei Papierformat Ausrichtung klicken Sie auf Querformat. Die Seite wird nun im Querformat angezeigt. Farbe für den Seitenhintergrund. Klicken Sie im Menü auf Format Seite. Wählen Sie den Tab Hintergrund und den Button Farbe. Wählen Sie die Farbe Hell Magenta 4 und klicken OK. Bild einfügen. Klicken Sie in der Symbolleiste Standard auf das Symbol Bild einfügen. Wählen Sie das Bild 011K. Geben Sie in der Seitenleiste für Breite 8 cm ein. Bild komprimieren. Nun rechts klicken Sie auf das Bild und klicken auf Komprimieren. Klicken Sie auf OK. Bild speichern. In der Dialogbox Bild export erweitern Sie den Namen zu Bild 011 KK. Klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie wieder auf OK. Entfernen Sie das Bild. Ellipse zeichnen und Bild einfügen. Zeichnen Sie nun als Beispiel die Form Ellipse und lassen Sie markiert. Klicken Sie auf das Symbol Bild einfügen. Wählen Sie das Bild 011 KK. Klicken Sie auf Öffnen. Das Bild wird jetzt in der Ellipse dargestellt. Schatten für das Bild einfügen. Passen Sie die Ellipse in der Größe an. Rechts klicken Sie auf die Ellipse und wählen Fläche. Im Tab Schatten setzen Sie ein Häkchen bei Schatten anwenden. Bei Farbe wählen Sie Dunkelmagenta 1 und klicken auf OK. Collage mit weiteren Formen und Bildern ergänzen. Dies können Sie nun mit weiteren Bildern zum Beispiel Bild 012 K bis Bild 014 K und anderen Formen wiederholen. Verteilen Sie die Bilder auf der Seite nach Ihren Wünschen, bis Ihre Collage perfekt ist. Fügen Sie noch einen Rahmen auf die Seite ein, über Menü, Format, Seite, Umrandung. Denken Sie daran, das Dokument zu speichern. Bilder am PC ansehen – Überraschung Wenn Sie Ihre selbst gefertigten Bilder mit Rahmen gerne am PC ansehen und vorführen, können Sie noch eine kleine Überraschung einfügen. Verwenden Sie statt des Bildes als JPEG- oder PNG-Datei eine bewegte GIF-Datei. Fügen Sie ein bewegtes GIF statt eines Bildes ein. In der Seitenleiste können Sie das GIF verkleinern, geben Sie zum Beispiel für Breite 5 cm ein. Rechts klicken Sie auf das GIF und wählen Eigenschaften. In der Dialogbox Bild, dort im Tab Umrandung, setzen Sie eine beliebige Umrandung nach Ihren Wünschen. Rechts klicken Sie auf das GIF und wählen Anordnung nach hinten. Für das GIF sollten Sie schon bei der Produktion darauf achten, dass die Dateigröße möglichst klein ist. Weitere Informationen GIF